heute machen wir eine klangschalen meditation zusammen schließe die augen und atme einmal tief tief aus lasst den atem tief in dein becken sinken spüre in die hinein und fühle einmal was sich so alles in deinem körper abspielt vielleicht spürst du irgendwo ein kribbeln vielleicht spürst du druck vielleicht spürst du spannung vielleicht krampft sich etwas zusammen vielleicht ist etwas ganz besonders entspannt alles ist möglich und in jedem körperteil kann man etwas anderes spüren spüre ihm nach und lasse es so sein jetzt gehen wir in den kopfbereich vielleicht gibt es dort viele gedanken vielleicht rasen die gedanken vielleicht sind sie auch ganz ruhig vielleicht spürst du sogar überhaupt keine gedanken beobachte es einfach mal wie ein schauspiel und lass es einfach so sein wie es gerade ist nun nehmen wir noch einmal einen tiefen atemzug und durchfluten unseren ganzen körper mit frischer luft bis tief ins becken hinein ein zweiter atemzug wir spüren noch einmal kurz nach wie wir uns jetzt fühlen dann ein dritter atemzug und wir öffnen langsam die augen mal ein dritter atemzug wir schreien Untertitelung des ZDF, 2020